Zurück bei TTT, wir spielen Peach Castle, die Map, mit dabei. Kein fliegender Chaos, okay. Ja, du fichst bei mir auch. Okay. Der Rocco, äh, start. Ich weiß nicht. Wir nennen ihn die Marokko. Dominik. So, bin jetzt auch wieder da. Nee, nee. Ich hab wieder kein anderer, der Jo. Ach komm, ich hab eh wieder eh. Okay, durch Strider hab ich eh nichts zu sagen. Und da ist die Strider, du wirst ja sofort gekeilt. Ich muss eh nicht reden, ey. Okay, ich kann meine Aufnahme jetzt schon wegwerfen. So. Oh, yeah. Weil mein OBS laggt. Oh. Oh, das ist scheiße. Ouch. Boah, voll die geile Map, ich feier die jetzt schon. Oh. Oh. Ich liebe Super Mario 64. Die ist riesig, die Map. Ja, ich merk's gerade. Alter, ich hab das Spiel damals gesuchtet. Ja, Tito. Ich hab's nicht gespielt. Hier geht's hier. Schäm dich, Alter. Gesuchtet, muss ich sagen, aber... ...zockt mich trotzdem auch nicht. Äh? Kommt dran. Damm, 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 damm. Ein Zimmer, ein Zimmer. Wer, wer ist denn? Komm, lass mich da hoch. Tja, ich bin's nicht. Ich bin's auch nicht. Hm. Hallo. Innovativ. Wer macht der ganze Spray? Ich seh... Okay, Dink, das ist Chaos, glaub ich. Konfirm, ihr könnt mich mal... Also nur noch ein Traitor. Ja. Jetzt nur die Frage, ob er direkt eine Chance hat. Ich bin low, aber... Chaos musste übelst lange nachladen. Ich glaub, er hat alles verschossen. Dann musst du ja drei Stunden lang nachladen. Also ich hatte ihn nicht bekommen. Eigentlich war ich tot. Okay. Navy ist ja schön. Ach so, wo seid ihr eigentlich gerade? Ich glaub, ich bin tatsächlich in der Ecke rum und bin nur am Anggucken wieder. Hm. Warum sind die Türen wieder auf? Original, hier, eh. Die Map ist halt wirklich... Boah, der ist klein. Boah, der ist echt geil, der ist. Die ist sehr groß. Du denkst übrigens dran, dass die den auch noch retten können, ne? Also... Ah. Stimmt, ja. Falls die nicht... Boah. Schaden. Also ab zu keinerlei... Keine Ahnung, warum die Leichtgelassen sind. Kau, oder ne, wie... Näh, wie besser. Stopp langsam. Na, steht mir wieder. Oh. Ja, nee, keine Ahnung, man. Es ist halt dieser... Raus ist halt down, so. Mit, her damit, her damit. Nur Barrels. Oh. Ich bin hier. Sag mal, wo seid ihr denn so? Hi. Hi. Hey. Hey, Dominik, ich will mir den Raum angucken. Was ist denn? Nein. Ah. Oh, ein Schengel. Lass mich da rein sagen. Mach doch... Hallo. Mach doch... Lass mich da rein. Wie groß ist denn diese Map? Sehr groß. Da haben wir ja fast schon Mühe, sich zu finden. Oh, ja. 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 Ach, jetzt nicht weiter? Moin. Okay. Also nie, das ist... Ich sterbe, es ist Jari, wenn ich sterbe, es ist Jari. Nein, ich will es nicht. Alter, wie riesig der ist. Was? Sollte passieren. Sollte passieren. Weg finden. Die Erleuchtung erlangen. Hier ist ein Bug-Feder. Oder ein Grafik-Feder. Also dadurch, dass Chaos dann gleich immer noch da ist, dürfte der... Das ist dann nicht wieder da, ne. Ah, ich weiß es nicht. Ich lau eigentlich nur rum, damit es nicht so langweilig in der Aufnahme wird. Aber eigentlich kann ich jetzt hier mein scheiß Leben aus wegcampen. Scheiße, ich komm hier nicht mehr hoch. Das ist ein Glitch. Ich beobere es jetzt mal durch'n Glitch, ne. Ich hab sowieso keine Ahnung, wo alles hin oder so. Ne, ich auch nicht. Ich will die Map an. Also, was war denn der Bauchgefühl? Wer ist es jetzt noch? Ich bin's nicht. Guck mal was hören von euch. Ich will jetzt aber ja dreiste Anschlugungen aus Bauchgefühl raushören. Ey, sag mal, es ist Chris. Ja, der stinkt schon wieder massiv, ne. Das ist richtig, aber... Ne, danke für mich auch. Er guckt sich doch bloß die Map an. Wollen wir die meisten so in der ersten Runde? Wollen wir da rein? Ja. Und was gibt's hier oben? Wow. Und was ist da explodiert? Okay. Ja. Ich hab aber rekordiert mich mit Incenaries. Der Durchkopf verbrennt. Ach, cool. Boah. Das ist Teil. Boah. Ja. Was seid ihr eigentlich? Die Kunden sollte der Traitor noch haben. Glaub ich. Ich hab zwar nur den Traitor umgebracht und... Oder ist schon... Sind alle noch da? Ja. 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 Wir sind im Held. Hallo. Ari. Ja. Sterb ist es. Der wird's sowieso machen, wenn der Traitor ist, weil er jetzt keine Zeit mehr... Ja, ja. Was schießt ihr denn? Hier wurde geschossen. Ah, da. Bei mir nicht. Ah, jetzt hört's auch. Hä? Teilisch. Oh, schön. Ja. Allein schon, wenn nicht sterben ist das, aber er wird's eh gleich machen, weil er keine Zeit mehr hat, ne? Er knallt mich ab. Ich so, ah ja, war klar. Ja. Was wurden da geschossen? Ich hab zu lange Zeit gebraucht, um ihm die passende Waffe rauszuzucken. Später Schopf. Ja, ist ja alles okay. Ist halt meine Shopping-Krise. Ist ja alles okay. Ja. Ich geb's dazu. Ah, das ist echt extrem groß hier, Alter. Weil ich such immer noch diese komische Kitty-Gun. Oh, ist das so ne geboostete Waffe hast du da? Äh, das war, äh, ne Scheißwaffe. Schön. Der mich nur hat 30 Jahre nachgeladen. Was kam's denn hier? Ne. So, hier hab ich einen Ruin. Was? Ihhh. Ich werd jetzt Inno. Ja. Inno. Mensch, ich sollte Wahrsager werden. Ah, vielleicht für die Zitterweite auch noch Geld. Na komm, dann lass mich vorbei. Ich fahr über AstroTV an, Jungs. Meine Karriere ist vorbestimmt. Ah. Dein was? Deine Karriere. Deine Karriere. Achso. Wer mir zu nahe kommt, stirbt. Wow, okay, das ist mal ne Ansage. Nö. Wie auch sah ich Trader mit? Äh, gut, ich hab ein Problem. Ich kann mich nicht mehr bewegen. So, ich hab ein Problem gehabt. Loi. 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 Aber wenn ich tot, dann ist es da und dann gibt, Dreckens. Hey, das ist unfair. Ich kann mich nicht bewegen. Ach, wies. So. Wer mich retten will, ich bin im obersten Turm. Okay, wir kommen und retten dich. Wir töten dich dann. Ja. Klar. Ja. Ja. Also ich bin verpackt. Äh. Fuck. Ich hab grad wieder die Kidikon gehört. Die Leute sind ja super hier. Alter, was hier ist. Gumball ist blödergann. Gumball ist so heftig, ey. Warte mal. Ich trau dem Chaos nicht. Oh. Ich geh mal wieder runter. Chaos mir. So, Respekt. Ich bin zu blöd da hoch zu gehen. Oh. Wer schießt? Ich hab auf das Bild geschossen. Ich verpiss mich eh. Sowas hab ich ja keinen Bock mehr. Ich bin ein sehr friedliebender Mensch. Mhm. Sagt jede Form von Gewalt ab, ja. Ah ja. Das sind mir zu viele. Die stinken doch beide hier. Das sag ich doch. Schon gerne raus. Wer weg? Ah. Mehr oder weniger. Boah. Was ist denn so ein Gangbang hier, Mann? Zeigt alle eure Waffen. Zeigt sie. Ach ne. Dein lieber Hosen runter. Ja. Ja. Bitte nicht. Damit kommt er klar, Alter. Oh nein. Ich verrocke hinterher gerade so dich. Oh shit. Oh shit. Okay. So ist rock auf. Das darf. Ah. Da zieht quasi mal hinten los, Alter. Der Stuhl flog nicht wie ich wollte, ey. Da wollte ich... Da wollte ich... Der Chris, ne? Das war aber auch immer miserabel deinerseits, ne? Also... Ja, ich hab versucht mich mit der Kräfte gehoben zu retten. Und bin dann gestorben. Toll. Aber gut, das war das erste Mal. Ich hätt... Ich hätt... Ich hätt... Ich hätt geduldiger sein müssen. Ich hätt im Moment abwarten sollen, ey. Das war nicht gut. Ja, das war halt... Bei mir halt wirklich doof, weil ich... Hab äh... Durch die... Äh... Ich hab den Gang versucht mich zu retten. Und... Stattdessen hab ich mich... Getötet. Boah. Du hast ganz blutigen Stuhl gehabt. Ja. Oh god. Oh god. Oh god. Der war halt schon schlecht, ne? Aber... Dafür steh ich ja auch, muss ich sagen. Ja. Der Kors, der Flick will ja bei mir? Bei mir auch. Ah... Wird ich überhaupt in der Wiese festgepackt wollen? Ja... Mach einen auf Michael Jackson. Du bist übrigens eben zu meiner Wahrsager-Karriere, ne? Ja. Weil ich sag Yari ist das. Oh, Yari ist weg. Gar nicht wahr. Oh? Ich bin grad angeschossen worden von irgendwen. Ich hab mich grad. Jetzt bin ich. Also ist es jetzt, oder... Oder wie? Nein. Nein. Kann ich noch nichts dazu sagen. Nein. Hier gibt's Porter. Teleporter. Der einen... Hier, wenn du dir drei Borysaleffeln bringt. Okay. Keine. Ich hab' nur einmal, äh... beim... Bowser, äh... wo ich da mal dort war. Hey! Sollte ich mich nicht fordern? Du bist wie ich. Jo, okay. Irgendwie was blutet hier? Oh, 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 oh. Ah, gut. Dann kann ich ihm nicht ne neue Waffe nehmen. Geh' ich nicht mehr... Ah, du mal Skrash. Ich hab' nicht durch zehn Malaya-Gebrüge geportet, ey. Jo, kein Bock drauf. Boah, 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 boah. Wer schieß? Ich... Ich finde keinen. Ich bin wütend. Boah. Ich glaub, wenn mein Trailer ist, dann... Oh. Das ist was Schönes. Ich geh' runter. Das ist halt so. Hm, wer ist'n da? Ah, Trailer, wie geht's? Oh Gott, geil. Was? So kommt man doch gar nicht hoch. Letztes Mal, als ich so... Boah. Wir kommen jetzt noch. Die Winches? Ja. Ungefährlich. Vergnügt ihr euch und euch. Bistel ist wiederum... Kann alles sein. Oh, scheiße, ehrlich. Ich hab' ich's nicht. Ah, Tito. Hey! Weg kurz. Ah, ne, so krass. Manchmal hoffe ich einfach, wenn ich nen Schuss da reingebe, dass alle ausrasten und sich die sich abknallen, ne? Aber das klappt auch nicht. Ah. Kars? Das wird geschaffen. Hier ist auch krank. Boah. Mann, der sitzt jetzt. Jari ist hier. Ja, ich hau hier ab. Geben noch alle, aber irgendjemand hat auf jeden Fall oben Blut gesehen. Da ist jemand tot. Ja. Kars ist tot. Okay. Wäffel. Ja, Mann. Ich glaub, Chris ist es nicht. Ah! Wobei, wo ich jetzt nur nebeneinander stehe, muss ich sagen, das ist so wie auch relativ verdächtig. Ich hab's nicht mal. Jo. Jo. Jo, die beiden sind's. Wer? Ja. 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 Ja, Jari. Ja. Lebt eigentlich noch? Sag. Du lebst, ich lebe, du lebst. Ich lebe auch noch. Na quatsch. Ich lebe noch. Warum darfst du eigentlich hinterher? Warum? Hast du Angst vor mir? Natürlich. Ich hab vor jedem Angst, der... Ach stimmt, da war ja die Wand, die... Man kann ja niemandem trauen, ne? Genau. Da geht's nicht weiter. Ich bin hier über Jari. Da geht's nicht weiter. Ja. Also, wenn ich jetzt auf eine Recht hatte und es wirklich Jari und Chris sind, dann... äh... Kann ich mal... Da, da älterst du dich. War mir ja später. Also, Jari noch verdichtiger als Chris. Wobei... So wie Chris eben einfach... An Jari vorbeigelatscht ist und sie ihm einfach keinen... in der Kulle gejuckt hat. Ja. Oh. 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 Was ist das hier? Hm. Na, eigentlich... Der Turm ist rund. Oh. Ich bin hier jetzt gelandet. Oh. Oh. Okay. Ah. Fuck. Dominic. Ah. Nicht tatsächlich. Boah. Fuck. Das ist gemein. Ja, Dominic war's. Das ist scheiße. Das hab ich nicht getroffen. Okay. Aber so knapp. Wahrscheinlich ein bisschen zu Unrecht. So... So knapp. Ja. Ja. So knapp gewesen. Fick dich. Boah. Wie fies ist das denn? Also gut. Den kann ich schon mal trusten. Es sei das in irgendwelche... Ich hab den... Ich hab den beinah erwischt. Ich hab den beinah erwischt, Leute. Scheiße. Den hast du wieder gerätzt. Ungebrochen gerätzt. Voll rum, du. Warum bin ich einfach so schlecht? Ey. Seine Leiche. Aber gut. Das hab ich ja auch schon gesagt am Anfang. Ich bin total schlecht. Ach. Scheiße. Danke. Das ist aber nett. So. Was... Ist das meine Leiche? Ist das meine Leiche? Ist das meine Leiche, die du da herumträgt? Alter. Was soll die Scheiße? Das war nur ein leichter in Ruhe. Die Junge jetzt wohl legen. Ja, dann machst es gar nicht du, der so auffällig war, sondern nur er, der so auffällig war. Weil er ist halt an dir vorbeigegangen und es hat einfach ein Glück gegeben. Ja. Tags. Hö? Alter, oder was war das jetzt schon gleich? Die alte Grenade hat sich aber gerade das Spiel ausgegangen. Ich bin doch so groß, dass ich gar lang gehen muss. Ich hätte dich beinahe erwischt gehabt. Beinahe. Ah. Ja. So knapp daneben geschossen. Du hast mir keinen Schaden gemacht. Naja. Ich brauch die Runde, ey. Eben deswegen, weil die Knarre knapp daran vorbeiging. Ja. Schade. Drei Runde, Jungs. Aber ich werde verdächtig. Ich werde verdächtig nur, weil ich an ihm vorbeigelatscht. Da habe ich mir da auch schon so ein bisschen gedacht, alles klar. Ja, Chris, das machst du sonst nie. Das geht dann. Ja, klar. Du mich auch. Bist du seitwärts an ihm vorbeigelatscht? So wirklich so, als würdest du absolut keinen Respekt vor ihm haben. Gut habe ich auch nicht, ne? Aber anders halt, ne? Das enttäuscht mich jetzt aber. Ja. Ich habe mir halt einfach nicht wirklich Gedanken drum gemacht, ob das fein klingt. Da? Gut. Dann werde ich mich jetzt auf den höchsten Glockenturm begeben und mich erhängen. Oh. Au. Au, 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 au. Scheiße. Einer ist gestorben? Du, da ist es aber schon mal drauf gegangen. Wer war's denn? Dominik. Ich glaube, Rocco ist es. Tolle Wurst. Ja. Glaube ich nicht. Glaube ich massiv nicht. Ich glaube, Chris stinkt schon ein bisschen eher an der Stelle. Er war an der Leiche und ich war relativ an der Leiche. Und ich glaube, er wurde von hinten abgeschossen. Ich bin mir nicht sicher. Ja, äh, Rocco ist es. Wo ist er denn gestorben? Boah. Da wurde die ganze Tür. Vielen Dank dafür. Also, ich sag, entweder bin ich's, oder ich bin's nicht, oder es ist Chris. Du, hier sind die überall Türen. Also, da gehst du einfach mal durch die Eingangstür durch. Und was ist? Du kannst jetzt schon mal einen Hedge oder sowas. Keine Ahnung, was es war. Ja. Wer war's denn jetzt eigentlich? Moment. Chaos. Tolle Wurst. Wie fies, ey. Wie fies. Die Rothley. Guck mir auch nicht. Also, wie ist... So, Trostoko. Da ist Chris. Da ist Chris. Da ist Chris. Geht mir jetzt noch. Mit der Klobein-Leifterung? Da war's so. Ja. Der ist gerade noch. Links in der Hand war, ist halt wichtig, ne? Ich hab nichts draußen gefunden, außer ne fucking huge. Ja, ja. Das war jetzt nie wie scheiße. Hier, du überrasst. Oh, ja. Du überrasst. Was für ne Lüge. Was für ne dreinste Lüge. Hier ist Chaos. Ach Gott. Lass mich los in Ruhe, euch. Läuft. Okay. Der nächste ist tot. So, übrigens, äh, wer haltet ihr sich wundern. Ich bin, äh, der hat die Discord gemutet. Heißt quasi, ich kann mit euch da bequemen, weiterquatschen. Während die mich überhaupt nicht mehr hören. So, Chaos ist es. Und weil... Dominik und Chris jetzt tot sind, ist es Yari auch noch. Ganz einfach. Nebenbei. Ja, ich lebe noch. Chaos mit so einem Sniper wieder. Sehr schön. Der hat mich vorher abgeschossen. Doch, Chaos und Yari sind's. Klar. Zwei Enos tot sind. Wofür soll's denn sonst sein? Der hat mich vorher abgeknallt. Oder spielst du auch mit dem Kartenspiel? Ein bisschen Chaos. Oh, Fallschirm. Ich krieg's nachladen, Alter. Dreckswaffe. Läuft. Aber 3 AP hat's nicht mehr so schwer, ne? Deiner Scheiß. Nee. Chaos. Ach, ja. Als ich dann schon die Duels gehört hab, ne? Da hab ich mir so eine Scheiße, Alter. Da geh ich so durchs Eingangstor durch und auf einmal bang. Krieg ich da schon massenbeiße Schüsse hinten rein und so, naja. Das ist Gott sei Dank, dass du die Situation durchblickt. Die Situation durchblickt und hast erkannt, dass ich's war. Ja, aber warum schießt du? Hast du die ganze Zeit auf mich geschossen, Rocco? Ich hab keinmal auf dich geschossen. Das war ich. Alter, echt? Die Schüsse ging den Gang lang und ich war in der Seitenflügel und du sagst, dass ich auf dich schieße, oh. Geil. Ich dachte aber, ich, das kommt von dir. Nee. Ja, ist jetzt gut da hinten. Nee. Oh, Alter. Okay, das ist wirklich Innocity, Alter. Innocent. Innocent steht für unschuldig. Ich will mal was dagegen laufen. Ah. Wollte ich vor... Ja. Ich wollte mir vorhin eigentlich ganz was Fieses ausdenken, aber... Ich hab dieses scheiß Telefon nicht gefunden, was ich gebraucht hätte. Was ist das? Telefon. Wo man mal die Zeit verlangsamen kann und ähm... Oh, dieses Space and Time Manipulator. Genau. Klingt. Ja. Im Kumbi jetzt mit C4 wär's bestimmt lustig geworden für denjenigen. Ja. Oh. Chaos retten wir hinterher. Das ist... Und er schießt auf mich mit einer unsichtbaren Waffe? Na ne. Was? Geht das denn? Ja, klar. Es gibt keine unsichtbaren Waffen. Er hat keine Waffe in der Hand bei mir. Noll. Ja. Das sind die fucking Duel-Bassards. Ja. Er drückt damit die Finger des Todes. Weiter. Ficken. Ficken. Genau. Ficken. Oh, scheiße. Alter, Rocco, du Sau. Einer ist tot. Rocco, du verdammter Mitzkerl. Oh, wie fies. Hey, was wird das? Ficken-Kanone? What the fuck? Das Ding heißt wirklich Ficken-Kanone. Ficken. Okay. Du willst mich ficken, Michael. Ich will ja nicht ficken. Ja. Wehm ist hier ficken. Sag mal ehrlich. Wehm ist hier ficken. Wehm ist hier ficken. Wehm ist hier ficken. Entschuldigt, Leute, dass wir so ne Waffe drin haben. Ich kann nix dafür. Boah. Du willst Leo nicht ficken. Du willst Leo töten. Und du willst ihn nicht nur ficken. Könnte mal jemand mal in den zweiten Vorgeschocken kommen? Diese zwei Leute. Einer ist davon bestimmt Traitor. Ja. Das ist so geil. Und ich weiß nicht wer. Oh, ich liebe die Waffe. Ich benutze die zwar gar nicht, aber die ist voll geil. Okay. Läuf. Bam. Das ist schlicht. Läuf. Das ist schlicht. Dieses Game. Das Game geh ich voll Vendetta halt. Ja. Schön die ficken Kanone rausgeholt. Ja. Auf die falschen noch geschossen. Aber diese Kanone, ne? Ach, Mann. Du willst mich ficken. Weißt du, das war im Endeffekt klar, dass es Chris ist, weil wenn Rocco auf dich schießt, dann kannst du noch Chris sein, wenn ich sie nicht finde. Ja. 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 Vor allem, ich war die ganze Zeit woanders. Ich hab nicht mehr gewusst, was bei euch abgeht. So muss ich auf einmal kacken. Und dann wird gleich wieder, ja Chris, das ist toll. Ich hab überhaupt keine Chance irgendwie mal als Träger was zu sagen. Oh, aber voll geil Waffe. Ich dachte mir, bist du erfolgreich oder hast du mal nur ohne Spaß? Ich hab mir viel Spaß in dir. Und einen hab ich auch abgeholt, alles klar. Da hätt ich als zweites Spiel vor die Armut gehen sollen. Null. Null. Ah, meine mag... Ih, was ist das denn? Was? Ich bin wieder Inno-Send. Ich hatte grad ne Mega-Leck gehabt. So. Yay. Jetzt bin ich jetzt da. Okay. Na? Wollen wir da nicht jetzt? Aha, der ist doch nicht hier. Hä? All diesen Teleport hier checkt ich eigentlich nicht. Okay, Rocco läuft mir hinterher. Ja, schon so circa zwei Minuten. Ja. In meiner einen schnellen Aufhaus. Hi. Hi Chris. Gary ist bei mir. Ah, Chaos von Traitor. Chris? Ja? Warum bin ich Traitor? Fick der dich. Fick ich, ich tue dich jetzt dafür. Und du mich als Traitor beschuldigst. Hä? Hä? Ich bin nicht tot, Chaos. Das ist, Alter, der steht schon so richtig. Äh, oh, mh. Da staunen ich mich. Du, 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 du. Du, 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 du Ich nehme noch, ich weiß Chris, da ist Chaos, oh scheiße Chaos hinter mir, sonst nix gut ist. Ja. Jari ist es. Ach wie fies. Ja, das war Jari, das heißt das anderes Chaos. Chaos schon wieder, nice one. er ist schon wieder traiter ok es ist gleich wieder auf ich rede die ganze zeit darüber dass mich chaos gleich weg macht und es macht mich weg es ist egal das war die folge wir sehen uns wieder